Wenn du war irgendwo unterwegs, hast du dich verändert. Du hast aufgehört, du selbst zu sein. Du lässt es zu, dass man mit dem Finger auf dich zeigt und dir sagt, dass du zu nichts taugst. Und wenn es hart auf hart kommt, wird es dir die Schuld dafür anderen geben. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Oder wie ich hierher gekommen bin. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Wenn du nicht anfängst, an dich zu glauben, dann hast du kein Leben.